Ich bin im Krankenhaus aufgewacht und auf einmal war alles anders und ich habe aber damals schon einen Entschluss gefasst, dass ich einfach aus meinem Leben trotzdem was mache. Und der Sport hat mir dabei unheimlich geholfen. Und so bin ich eigentlich in den Spitzensport richtig hineingekommen. Mein Highlight bisher waren sicher die Weltmeisterschaften in Mexico City, wo ich Weltmeisterin geworden bin. Ziel ist es nochmal Paralympics bestreiten zu können und jetzt wird es Tokio 2021. Die Kraft für die ganzen Aktivitäten schöpfe ich eigentlich aus meiner Familie, aus meinen Freunden. Ohne die wäre das einfach nicht möglich. Und ich habe echt durch den Spitzensport auch gelernt, an mich zu glauben und an die Sache zu glauben und dran zu bleiben. Ich habe gemerkt, dass ich heute gerade das lovingísimana Sch Samus habe regardiert durch den Spitzensort – uncle Rắtys trades passiert fast, es mich zu Ende wie dein Geschäft wir sebelum. Untertitelung des ZDF, 2020